Mein Name ist Christine Volkmann. Ich bin Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Entrepreneurship und interkulturelles Management an der Bergischen Universität hier in Puppertal. Seit 2008 bin ich hier an der Universität tätig. Wir beschäftigen uns mit Unternehmertum, mit Innovation und Startups. Das heißt, wir untersuchen beispielsweise Wachstumsprozesse von Startups. Wir untersuchen die Frage, wie weit Unternehmen Nachhaltigkeit in die unternehmerischen Entscheidungsprozesse einbeziehen. Fragen der Finanzierung von Startups und Unternehmen. Und ein Fokus, den wir jetzt haben, auch ist das Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Valley, was aktuell ja auch in der Region wichtig ist. Das heißt zum Beispiel die Startups, die durch den Akzelerator gehen, wie weit sich die entwickeln. Und ein anderes Thema sind soziale Innovationen. Das heißt, die Frage der Skalierbarkeit von sozialen Innovationen ist ein BMBF gefördertes Forschungsprojekt. Und Skalierbarkeit bedeutet die Frage des Wachstums. Das heißt hier als Beispiel Muhammad Yunus, der bekannt geworden ist, auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Frage der Mikrokredite in Bangladesch, die er vergeben hat an Frauengründungen in diesem Kontext. Und da das heute ein Modell ist in Entwicklungsländern, aber auch in den entwickelnden Ländern, was eben skaliert, das heißt mit Wachstum versehen wurde. Wir berichten im aktuellen Output-Magazin über das Projekt Women Entrepreneurs in Science. Das ist ein Projekt, das gefördert wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Ausgangssituation ist, dass Frauen deutlich weniger gründen als Männer. Und statistisch betrachtet, nach dem Startup-Monitor sind das bundesweit 18 Prozent nach den letzten Aufzeichnungen. Und in NRW noch deutlich weniger liegt die Quote bei ungefähr 13 Prozent. Und das heißt, hier besteht noch ein erhebliches Gründungspotenzial, was ausgeschöpft werden kann. Und wo wir in Zusammenarbeit mit der Landesregierung daran arbeiten, sozusagen gerade die Ausgründungen aus Hochschulen, die ein hohes Wachstumspotenzial versprechen, hier das verstärkt noch zu fördern und durch verschiedene Maßnahmen diese Ausgründungen zu stimulieren und zu forcieren. Also ein breites Spektrum, was sich ausrichtet auf die Sensibilisierung, aber auch die Begleitung von konkreten Ausgründungsprozessen aus den Universitäten und Hochschulen in NRW. Das größte Ereignis im Jahr ist immer der Women Entrepreneurs Summit, den wir einmal im Jahr an der Bergischen Universität durchführen, wo alle Universitäten und Hochschulen des Landes eingeladen sind. Es finden Pitches statt, es finden Workshops statt, es finden Podiumsdiskussionen statt. Also ein breites Spektrum, wo auch erfahrene Unternehmerinnen und Gründerinnen zusammenkommen können. Eine tolle Veranstaltung, die jährlich stattfindet. Das ist sozusagen ein Highlight, aber wenn man es kontinuierlich betrachten möchte, dann ist es eben so, dass wir auch ein Mentorinnenprogramm ins Leben gerufen haben, wo Mentorinnen praktisch erfahrene Unternehmerinnen und Gründerinnen begleiten und ihnen Hilfestellung geben, Zugang zu Netzwerken verschaffen, möglicherweise auch zu Investoren, was ja eine Herausforderung ist. Also solche Themen sind dann auf der Agenda und ganz viele Workshops in unterschiedlichen Kontexten, die wir auch im Einzelnen zu Lean Startup, zu Marketing, zu verschiedenen Themen, die eben in diesem Kontext auch wichtig sind, dass Frauen ihr Selbstbewusstsein steigern und sozusagen auch da eingebettet sind in ein Startup-Ökosystem.